Friedlich liegt der Staub in den Regalen und wird immer dicker. Der Dreck hat sich zwischen den Blumentöpfen eingenistet. Die Staubmäuse vermehren sich vollkommen ungestört. Spinnweben wehen scheinbar unerreichbar in hohen Ecken. Brösel und Fussel sind zahlreich in Ritzen und Fugen gedrungen. Der Schmutz hat sich mächtig breit gemacht. Sie alle fühlen sich sicher, aber sie wissen nicht, dass ein neuer Jäger auf der Lauer liegt. Ein Jäger, der sie alle kriegt. Der Schmutz hat seinen unwiderstehlichen Meister gefunden. Hier ist Livington Prime Everyday. Ultra leicht wie ein Kleiner. Mega stark wie ein Großer. Nehmen Sie den Prime Everyday in die Hand und er macht Sie unschlagbar. Ultra leicht schmiegt er sich in Ihre Hand. Auf Knopfdruck fährt der äußerst fortschrittliche Hochleistungsmotor hoch. Mit seinem eleganten, schlanken Design bewegen Sie sich spielerisch durch alle Hindernisse. Seine Vielseitigkeit macht bisher unerreichbare Stellen kinderleicht erreichbar. Ohne Kabel, ohne Steckdose. Dank dem Edelstahl-HIPA-Doppelfilter-System entlässt er die Luft hochgereinigt und ist damit ideal für Allergiker. Mit ihm an Ihrer Seite entkommt Ihnen kein Brösel, kein Missgeschick, keine Staubmaus und kein Dreck. Und wenn er sich den Magen richtig vollgeschlagen hat, entlieren Sie den Prime Everyday ganz einfach auf Knopfdruck. Das Beste aus allen Welten, vereint in einem Gerät.